Wie hoch muss also jetzt der Körper X auf einer Rampe von 10 Grad beschleunigt werden, um 25 Meter Gravitationskraft zu überwinden? Ich setze einfach mit dem Auto rüber. Ich bin ein Pazifist. Ich verabscheue Gewalt. Bis wir in Istanbul sind, will ich keine 20 Worte mehr von dir hören. Ist das klar? Alles klar, alles klar. Kannst du gleich hören. Arschloch, 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 Arschloch. Das ist Rauschgift, ne? Ivo, das ist doch kein Rauschgift. Das ist Peace. Hör zu, ich hab ein riesengroßes Problem. Du musst mir helfen. Ich bin tausende von Meilen gegangen. Ich hab Flüsse überquert, Berge versetzt. Ich bin der Versuchung widerstanden. Und ich bin der Sonne gefolgt, um dir gegenüberstehen zu können. Und um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Ich liebe dich. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017